Seit 20 Jahren ist Holz unsere Leidenschaft und Technik unser Instrument. Raum- und Objektinszenierungen im Messe- und Innenausbau nach Wunsch abgestimmt mit Glas, Marmor, Metall oder Kunststoffen bis hin zur Entwicklung und Fertigung individueller Raumausstattungen und Möbel. Auf diesen Spezialgebieten sind wir überaus erfolgreich. Wir verdanken dies unserem kreativen und handwerklichen Geschick sowie modernen, umweltschonenden Produktionsverfahren. Eins aber schätzen unsere zahlreichen Kunden im In- und Ausland besonders. Was wir planen, setzen wir auch selbst um. Dank eigener Tischlerei, Schlosserei, Lackiererei und weiteren Werkstätten ist uns das möglich. Dort schaffen erstklassig ausgebildete Experten an modernsten Hightech-Anlagen außergewöhnliche Lösungen. Individuell, hochwertig, termingerecht. Wenn wir ein Projekt für Sie realisieren, verschafft Ihnen das wichtige Vorteile. Zeigen Sie Profil, demonstrieren Sie Ihr Selbstbewusstsein und stehlen Sie der Konkurrenz die Schau. Holz & Technik unterstützt Sie gern dabei.